Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal das Problem, so ein bisschen den Unterschied zum Supervised Learning zu verstehen. Aber eigentlich ist es relativ offensichtlich. Es gibt nämlich keinerlei Trainingsdaten. Der Agent lernt lediglich durch Try and Error in seiner simulierten Umgebung und reagiert sozusagen auf das Feedback mit Aktion. Er schafft sozusagen seine eigenen Trainingsdaten, wenn man das so plakativ sagen kann. Und das ist nämlich auch einer der größten Vorteile des Reinforcement Learning. Beim Supervised Learning bist du zum Beispiel limitiert durch deine eigenen Daten, durch die Qualität der Daten. Wie meine ich das jetzt? Wenn die Daten eine gewisse Qualität haben oder wenn irgendein Performance Level in diesen Daten der Fall ist, dann wird die KI, die aus diesen Daten hervorgeht, maximal so gut performen wie die Daten, die da zugrunde liegen. Das liegt einfach in der Natur des Supervised Learning. Das Modell lernt die Daten und wenn die Daten nicht gut sind, dann wird das Modell nicht gut. Man sagt ja immer so schön Garbage in, Garbage out. Beim Reinforcement Learning ist es aber ganz anders. Hier kann es sein, dass die KI, der Agent einen komplett neuen, optimaleren Weg findet und dadurch entsprechend noch performanter ist, als durch Supervised Learning überhaupt möglich wäre. Das ist der Unterschied zum Supervised Learning, aber es gibt auch so ein paar Hindernisse, so ein paar Challenges, die man beim Reinforcement Learning auf dem Schirm haben muss. Das erste ist das Dilemma zwischen Exploration und Exploitation. Was ist das jetzt? Exploration beschreibt den Prozess, dass ein Agent völlig zufällig irgendwelche Sachen ausprobiert. Gerade am Anfang ist es super wichtig, dass der Agent einfach mal so ein paar Sachen ausprobiert. Einfach Aktionen, mal ins Leere feuert und vielleicht mal auf Erfolg hofft. Wir reden hier von 1000, 10.000, 100.000 Durchläufen und da wird er bestimmt irgendwann mal was richtiges finden. Exploitation auf der anderen Seite beschreibt das Konzept, dass er eine gewisse Vorstellung hat, was erfolgsversprechend ist und das immer wieder probiert. Gerade am Ende, wenn das Modell immer besser wird, weiß er immer genauer, was funktioniert und wird deswegen immer mehr exploiten. Aber eine gewisse Exploration ist immer gut, weil stellt euch mal vor, wir haben einen super Weg zum Ziel zu kommen, noch gar nicht ausprobiert und dann ist ja die Chance bei Null, wenn wir gar nicht mehr exploren, wenn wir nur noch exploiten auf das, was wir schon kennen. Deswegen ist es immer gut, so gerade am Ende auch ein bisschen Randomness drin zu haben, dass der Agent einfach ein bisschen mitspielt und zufällige Sachen braucht. Zweite Challenge, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, ist das sogenannte Reward Shaping. Das beschreibt das manuelle Design und Optimieren von so einer Reward-Funktion. Wir haben das eben bei Snake gesehen, da war das einfach nur sehr gut, wenn Futter gegessen, schlecht, wenn kollidiert und auch ein guter Pluspunkt, wenn das Spiel lange andauert. Du merkst ja gerade selber, das haben wir uns einfach ausgedacht. Das ist jetzt nicht vom Himmel gefallen, das haben wir uns einfach ausgedacht. Das ist sozusagen wie wir die KI manuell entsprechend optimieren wollen. Aber das Design von solchen Funktionen kann auch sehr, sehr schnell komplex werden. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel auch Pong. Ähnlich simpel wie Snake. Hier muss einfach geguckt werden, wenn du einen Ball kollidieren lässt, ist es sehr gut, hast ihn abgewehrt. Wenn du einen Punkt machst, ist es perfekt und wenn du hinter dich greifst und ein Ball ins Aus fliegt hinter dich, dann musst du negativ dafür bewertet werden. Aber wie ist das zum Beispiel bei einem Roboterarm? Was würdest du sagen, ist eine gute Handlung? Was ist eine schlechte Handlung? Wann würdest du von einem Erfolg sprechen? Das ist gar nicht so einfach. Und manchmal geht es auch komplett daneben. Ich habe vor kurzem noch einen Bericht gelesen über einen Reinforcement-Anwendungsfall, wo einfach nur gesagt wurde, ein Agent soll möglichst hoch springen. Da war Physik-Engine zwar mit dem Spiel, der soll einfach möglichst hoch springen. Das hat dazu geführt, dass der Agent einfach nachher sich ganz lange Beine hat wachsen lassen und einfach umgefallen ist. Nicht im Sinne des Erfinders, aber er hat einfach anhand seiner Reward-Funktion optimiert. Und das wollten wir eigentlich auch. Das dritte Problem ist das Credit Assignment Problem. Das hast du oft dann, wenn eine Sequenz von Aktionen zu einem runden Ausgang führt. Hier ist das Problem, sagen wir mal einfach mal bei Snake, du hast ganz viele Aktionen, die du nacheinander ausgeführt hast und am Ende ist eine Runde vorbei. Jetzt ist aber die Frage, welche Movements haben dazu geführt, dass du deinem Ziel näher kamst? Welche waren gut? Welche haben dazu geführt, dass du ins Verderben gelaufen bist? Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Manchmal ist ein ganz früher schlechter Start schon dafür verantwortlich, dass du scheiterst und das ist schwierig, das zu assignen, das Credit Assignment Problem. Ansonsten Beispiele aus der Industrie. Wo haben wir noch Reinforcement Learning? Ganz schnell. Wir haben zum Beispiel bei Ampelkontrollen in Innenstädten. Wenn wir da ein intelligentes Management System haben, ist da sehr oft Reinforcement Learning im Spiel. Was auch sehr witzig ist, ist ein witziges Beispiel. Google kühlt seine Serverlandschaften mit Reinforcement Learning. Die haben einfach eine KI trainiert, die darauf optimiert war, die beste Temperatur zu halten für ihre Serverlandschaften und die konnten tatsächlich ihre Energiekosten um 40 Cent senken. Auch toll. Auch Reinforcement Learning. Und das Dritte, was du oft im E-Commerce hast, ist Dynamic Pricing. Dynamic Pricing bedeutet, dass der Preis sich entsprechend an Bedarf und Verfügbarkeit der Produkte anpasst. Und das ist auch so etwas, wo Reinforcement Learning helfen kann. Reinforcement Learning reagiert einfach viel schneller, als Menschen das könnten und hat den ganzen Markt im Blick und könnten dahingehend die Preise dynamisch steigen oder senken lassen. So, was haben wir jetzt über das Thema Reinforcement Learning gelernt? Reinforcement Learning ist das dritte Lernparadigma aus dem Machine Learning. Ein Agent lernt ein Verhalten durch kontinuierliche Interaktion in einer simulierten Umgebung in Wechsel, Feedback-Aktion, Feedback-Aktion. Durch eine Belohnungsfunktion, englisch Reward Function, wird gesteuert, was die KI lernt. Das Wie entscheidet die KI aber selbst. Es sind keine Trainingsdaten erforderlich, sondern eben nur diese simulierte Umgebung. Die Trainingsdaten werden in Anführungszeichen selbst generiert durch diese Aktion eben. Und es gibt Herausforderungen wie dieses Credit Assignment Problem oder das Reward Shaping. Aber jetzt habe ich mal noch eine Frage an dich. Denk mal an irgendein Videospiel und versuch mal im Kopf deine Spielfigur in diesem Spiel mit Reinforcement Learning zu trainieren. Es kann alles mögliche sein. Je komplexer das Spiel, desto komplexer natürlich auch diese KI. Aber mach mal folgendes. Überleg dir mal, was ist der Agent? Denk an das Snake-Beispiel, das war unsere Schlange. Was ist die simulierte Umgebung? In unserem Fall nur der Rahmen, in dem sich die Schlange bewegt, inklusive der Früchte, die entstehen. Hast du iterative Epochen? Zum Beispiel kannst du ein Leben verlieren, sodass dann eine Runde passiert. Hast du ein konkretes Ziel? Welche Aktion kann der Agent in dieser Umgebung machen? Und hat der Agent die Möglichkeit, die Umgebung zu überblicken? Oder nur teilweise zu überblicken? Und vor allem mach dir Gedanken um die Reward-Funktion. Also für was gibst du Punkte? Für was gibst du Strafen? Was der Agent entsprechend vermeiden sollte? Wie optimierst du dein Agent? Mach dir da mal Gedanken drüber. Es ist sehr spannend, darüber mehr zu erfahren. Und schreib es mir gerne in die Kommentare, für welches Spiel du dich entschieden hast. Und schreib es mir gerne in die Kommentare. 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 Und